Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Die vier Stufen einer Beziehung. Hand in Hand, er in Hand, Hand in ihr, er in ihr. Wenn ich mir viel vorgenommen habe, unterteile ich den Tag immer in zwei Phasen. Rumgammeln? Jetzt bringt's auch nichts mehr. Jigsaw. Ich möchte ein Spiel spielen. Typ. Ich kann nicht. Jigsaw. Was zum... Wieso nicht? Typ. Ich hab nen Mac. Einen Döner bitte. Mit alles? Dativ. Haben wir nicht. Mit allem. Alle mal drücke frei. Es heißt allem. Nein, wir heißen City-Döner. Pass bloß auf. Ich kann Karate, Kung-Fu, Jiu-Jitsu, Taekwondo und 28 andere komplizierte Wörter. Egal wie alt du bist, wenn du so tun willst, als sprichst du Spanisch, hängst du einfach an Os, Anos, Jedos, Vortos, Dranos. Man erzählt die Peränte zuerst. Wie versaut man einen Witz? Habe zum Spaß mein Gesicht auf den Scanner gelegt. Jetzt hab ich einen Gesichtsausdruck. Ich hatte viel Freundinnen. Das heißt, ich hatte viele Freundinnen, du Idiot. Nein, nur eine, aber die wurde zu fett. Wollte einen Marathon in unter 4 Stunden laufen. Habe ich geschafft. In 3 Stunden und 78 Minuten. Hast du gerade was gesagt? Nein. Sicher? Ich hätte schwören können, du hast gefragt, ob ich Hunger auf eine Bratwurst habe. Ich bin nämlich Veganer. Wie war nochmal der Name meines Enkels? Ich? Sperma. Professor Eich? Richtig, es lag mir auf der Zunge. Wenn mir langweilig ist, frage ich ein Schwangerschaftsforum, ob es sich lohnt, den letzten Monat auf Lucky Stride Light umzusteigen. Lehrer? Das werden sie später auf der Uni lernen. Professor? Das kennen sie bereits aus der Schule. Wenn du nicht weißt, wie du das Eis brechen sollst, mach es einfach wie Scrat aus Ice Age. Einfach mal die Eichel reinrammen. An dieser Stelle hätte ich gerne noch einen Nagel in der Wand. Jetzt. Mein Nachbar. 6.30 Uhr. Samstags. Mich angreifen ist wie Wichsen. Man fickt nur sich selbst. Du bist so hässlich, dass sich nicht mal Bloody Mary aus dem Spiegel traut. Ab wann dürfen wir Äthiopien ins Kino? Ab 5 Kilo, ansonsten klappt der Stuhl wieder nach oben. Frau bei Ikea. Passt der Schrank auch in mein Auto? Was fahren Sie denn für ein Auto? Ein grünes. Nein, dann passt der nicht. Die 10 großen A auf der Leiter zum Erfolg. Alle anfallenden Arbeiten auf andere abwälzen. Anschließend anschnauzen, aber anständig. Yo, Daumen hoch und like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.